Hallihallo, hallöle meine Freunde, heute spielen wir die schwarze Katze. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und vor einigen Wochen habe ich angekündigt, dass ich mit Zuschauern zusammen die schwarze Katze spielen möchte. Ich wollte in die Ursprünge der PC-Rollenspiele eintauchen und das machen wir heute. Nicht auf YouTube, sondern auf meinem Discord-Server, Link in der Videobeschreibung, da findet ihr das Ganze und hier habe ich auch eine Beschreibung des Events. Das ganze Event wird dann hier im Stage-Kanal stattfinden, nur rein informell. Das findet hier statt, 20 Uhr geht es los, ihr könnt euch hier auch eine Erinnerung einrichten. Des Weiteren gibt es auch noch ein cooles Event, das hat ein Kumpel von mir, hier Piggy, gestartet. Ein klein Doodle-Wettbewerb, da sollt ihr was zeichnen und könnt dann was gewinnen. Lest euch das Ganze auf jeden Fall auch nochmal durch, findet ihr auf Discord auf jeden Fall die beiden Events. Und natürlich nicht vergessen, es gibt auch noch das Community-Event, dazu ist auch der Link in der Videobeschreibung, denn das findet auf YouTube statt. Okay, genug Events, drei Events werden, denke ich mal, reichen für den Anfang. Ich sage Tschaui!